Hallo, hier ist Christian von Beachinspektor. Ich bin hier am Long Beach von Koh Pippi und der Strand hier ist echt der Hammer. Ihr habt hier einmal diesen hellen, feinen Sand, dann das wirklich klare türkisblaue Wasser und zusätzlich noch diese wunderbare Aussicht einmal auf die kleinere Koh Pippi-Insel im Hintergrund und zusätzlich auch noch auf die Küste von der großen Koh Pippi-Insel. Was ich persönlich hier auch noch ganz toll finde ist, dass hier tatsächlich mal einige Liegestühle auch vorhanden sind, die zu mieten sind und nicht nur für Hotelgäste sind. Wirklich ruhig ist es auch an diesem Strand nicht wie an den meisten schönen Stränden der Region. Das liegt an den Motorbooten, die hier auch anlegen, aber vor allem auch ziemlich nah vorbeifahren. Daran müsst ihr euch gewöhnen. Wen das bei der Entspannung stört, dem hilft vielleicht, dass es hier auch ein paar wirklich gemütliche und schöne Strandbars und Restaurants gibt. Da könnt ihr euch den ein oder anderen Cocktail gönnen und vielleicht klappt es dann mit der Entspannung auch noch besser. Hi there! So, we're Lauren and Ben. Hello! We're the managers of Long Beach Divers. We're right in the middle of Long Beach. It's got a fantastic view of Pippi-Lay, which is the national park. Also, there's some great snorkeling off the beach. If you like sharks, there's a great spot to see blacktop reef sharks. I've seen them now hundreds of times, but there's still something special and great about seeing that shark. There's still something cool. Turmers? Super Deutsche Last. Fair drum curve for shake-up. Untertitelung des ZDF für funk, 2017